Willkommen zurück heute. Heute ist ein mega spannender Tag, denn heute geht es richtig voran mit der Villa. Das Spannendste heute ist, kommen heute endlich die Wirbel. Also, wie ihr gesehen habt in der letzten Episode, wir haben ja die Holzbestellung gemacht. Heute kommt das ganze Holz. Ich bin super gespannt, wie der große Esstisch wird. Ich muss jetzt kurz zur Bank rushen, weil wir brauchen das Geld. Hier läuft fast alles Cash, außer du hast eine lokale Bank, die wir noch nicht haben. Wir haben ja gehört, das dauert immer super lange, deswegen haben wir es immer vermieden. Allein die doofe Simpkarte zu bekommen, dauert Ewigkeiten hin und wir sehen. Also, heute fließt echt viel Geld und es passiert noch viel. Also, ich bin super spannend, wie es aussieht wird und holen wir uns eben mal Geld vor der Bank. Lara, unser Boot ist da. Puh, ich war echt nicht kaputt gerade. Aber ich freue mich. Wasch, ob es alles lief. Lara hat hier den Steg zu Ende gepaintet und ihr wisst, es ist Regensaison. Und wir es schon im vorherigen Video mal erwähnt haben, die Regensaison. Es regnet wirklich täglich, deswegen macht das ganze Streichen draußen viel schwerer. Okay, cool, cool, cool. Also, die Farbe ist schon mal so, wie wir es haben wollen. Ja. Das ist schon mal gut. First Piece. Richtig schwer, die Sachen. Nice. Das ist unser Beistelltisch, glaube ich. Fürs Bett, ja. Fürs Bett. Ich bin ganz schön breit, ne? Aber schon cool. Hat man genug Platz für sein Handy, für eine Trinkflasche, für was auch... Boah, das ist richtig nice, das Holz. Richtig schön. Das ist richtig, richtig schwer. Also, wirklich richtig massives Holz. Leute, das ist so aufregend. Wir freuen uns gerade so mega und das sind unsere ersten Möbel. Also, naja, jetzt kann er eingerichtet werden. Wir haben mal die Bauarbeiter nebenan gebracht, ob sie tragen helfen. Der Tisch ist ja alles zu schwer. Okay, das ist sehr schön, ja? Ja, das ist ja das zu viel. Das ist ja alles zu viel. Leute, weil ich dann erst auf die Aufstelle gegangen habe, sagte sie, hey, können zwei von euch mitkommen, den Tisch mittragen helfen. Zum Glück sind alle zehn gekommen, ey, der Tisch, die so am ölen, der war so schwer. Der war so unanglos. Es ist einfach auf eine Ecke kaputt gegangen und alle sind einfach über die unseren frisch lackierten steg getrampelt aber ich glaube ich gar nicht anders so leute die möbel sind genauso geworden wie wir es uns vorgestellt haben kann ich mal hier bilder einblenden tak 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 wie wir es uns vorgestellt haben beziehungsweise was für beispiel wieder wir hingeschickt haben im photoshop bearbeitet die farbe wie es aussehen soll und es ist eins zu eins wenn nicht genau die farbe geworden wie es sein sollte die sind aber super happy also uns aufgefallen wir haben vergessen zwei kleine stühle zu bestellen für die schminktische müssen uns eine andere alternative jetzt rausfinden die schneller geht weil natürlich hat das jetzt zwei wochen gedauert lara ich denke zwei wochen und wir wollen bis zum 1.dezember fertig sein auf jeden fall und demnach wie sieht das ganze ein bisschen verspätet aber bis zum 1.dezember fertig sein wollen dann hier selber einziehen und ja deswegen müssen wir was anderes finden mark hat hier leider ein henkel abgehauen von unserer tonphase sein versehen aber das müssen wir jetzt auf jeden fall noch mit sekundenkleber kleben aber wie ihr seht haben wir uns schon mal zwei unserer basen hier auf unser küchenschelf gestellt auf unser regal und ich bin einig dass das ganz cool aussieht ich schaue jetzt mal eben schnell nach stühlen und die nennen sich kurzi auf indonesisch ich bin jetzt auf tokopedia gibt hier oben einfach stuhl ein und dann schaue ich mir hier so ein bisschen die preise an hier kann man dann noch auswählen dass der aus bali geliefert werden soll und halt nicht aus irgendwelchen anderen inseln java oder was auch immer und dann kannst du hier einfach durchscrollen schauen was dir gefällt und dann theoretisch einfach bestellen oder den händler auch noch privat anschreiben und so vergleichen halt immer die preise hier Leute wenn während dieser gesamten renovierung auf eine sache verlass war dann auf den indonesischen regen es ist regenzeit es regnet jeden einzelnen tag ab mittags also jetzt gerade ist es 12.30 Uhr und es ist am regnen und es ist natürlich echt unvorteilhaft wenn du am streichen bist draußen oder wenn du gerade hier den steg gemacht hast und so weiter also ein ratschlag von uns renoviert nicht unbedingt in der regenzeit vor allem nicht wenn ihr viel draußen machen müsst wir mussten den steg fünf mal nach streichen weil das jedes mal von dem regen wieder weg gemacht wurde das ist kein fernseher leute das macht euch dumm und nicht nur eine stunde später ist schon unser nächster termin der gardinentyp ist da die stangen hat er schon vor paar tagen angemacht wenn ihr jetzt oben sehen könnt das sind die stangen und ja bin gespannt wie das aussehen wird also wir haben auf jeden fall gardinen genommen die sind so leihenhaft aber durchsichtig weiß hier überall außen und dann so leihenhaft in den zimmern und weiß und die werden so ungefähr 5 cm 10 cm auf dem boden liegen also ich bin super gespannt wie das aussehen wird das erste paar da seht ihr es packt das schon mal neu ein super schön wie findest du es bisher ich finde es ganz schön ich hoffe nur dass die nicht so schnell super dreckig werden das macht mir ein bisschen das bereitet mir ein bisschen Sorgen weil es regnet schon rein und ich weiß nicht wie smart die entscheidung war draußen Vorhänge aufzuhängen aber jetzt haben wir sie und ich finde sie auf jeden Fall schon sehr schön ich habe gedacht dass die ein bisschen weißer sind aber ich finde es nicht schlecht es passt auf jeden fall sehr gut mit dem boden und dann werden die auch nicht so schnell dreckig von daher so sieht das aus leute das ist das material und dann würde das so im wind wedeln schon sehr cool und es kommt dann auch in jeder einzelne jeden einzelne abteil dann kommt hier einmal und da auch schon super super cool was machen wir jetzt als nächstes mal versuchen die klopapier bei den halteren anzubringen woran scheitert die dübel sind zu dünn die löcher zu dick so liebe leute und da geht noch ein arbeitstag oder renovierungs tag bei uns zu hause vorbei sehe mich schon gerade so bescheuert aus ich auch aber so ist das hier im renovierungsleben wir hoffen euch hat es gefallen gebt dem Video ein Like kommentiert unter eure Fragen unten welche ihr habt eure Verbesserungsvorschläge was glaubt ihr wann sind wir fertig was glaubt ihr wie lange brauchen wir noch ja wir denken wir brauchen noch eine Woche dann sind wir fertig ist das realistisch schreibt es mal unten in die Kommentare wie findet ihr die Möbel also wir sind begeistert wie findet ihr die Möbel schreibt es mal unten in die Kommentare wir freuen uns auf euer Feedback wir sehen uns in der nächsten Episode Guys Bye Bye Wir hören uns drüben Wir hören uns ein paar Mal Wir hören uns virtualen they請 wurden wir hören uns, wir hören uns wir hören uns wir hören uns wir sehen uns wir hören uns Was ist das? Bis zum nächsten Mal.